Besser, man kommt nicht rein, aber wenn man reinkommt, ist es höchst unangenehm und auch gefährlich. Die Rede ist vom Gewitter. Es zieht auch magisch unter die Bäume, es zieht auch magisch unter eine Felswand, aber das ist genau das, was man nicht machen sollte. Besser ist, man geht ins offene Gelände, zusammenhauen und warten, bis das Gewitter einem vorbeigezogen ist und dann weiterlaufen, in den nächsten Unterstand oder in die nächste Hütte sich aufwärmen.